Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play and Slavit. Ja, und wir müssen jetzt hier hoch. Trip hat sich versteckt. So, wir können jetzt natürlich zu der Seite gehen. Ich gehe aber erstmal zu der Seite. Oh, guck mal da drüben. Ein Reh, habt ihr es gesehen? Runter. So, dahin. 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 Da seht ihr nämlich, da ist nämlich das ist das, was ich euch von unten im letzten Park also hat man es nicht so gesehen, aber man hat das goldene Gitter gesehen. Hier gibt es nämlich wieder eine ein Rückblick. Ja, das war ein bisschen New York noch, wo es komplett am Leben war. Ja, und hier geht es nämlich dann auch wieder zurück. Da lang. Und hopp und hopp. So, jetzt hier rüber. Weil ich bin das letzte Mal, ähm, wo ich es damals durchgespielt habe, bin ich gleich hier lang gegangen. Ja, und das war der Weg, wo es im Glank ging, ne? Und dadurch hatte ich das andere vergessen. Mach hier keine Welle, Alter. Ich weiß, dass da drüben einer steht. Aber der... Das ist ein neuer, ein neuer Mech. Der hat so irgendwie, wie soll ich es sagen? Ja, ihr werdet es gleich sehen. Da. So ein Strom-Mech. Elektro-Mech. Oh, oh. Und der hat mich schon getroffen. Alter. Lass mich doch mal... Schau dir auf Maul, da. Kannst du auch wissen. Boah, das sagt dir. Jetzt machst du mich aber wütend, oh. Elektro-Mech hin oder her. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ah ja, jetzt ging es da weiter. Hier war nämlich nichts mehr. Okay. Dann weiter. Yeah. Ja, und da der so richtig geil klettern kann. Ich meine, der Weg wird einem ja vorgezeigt. Aber es gibt immer mehrere Wege. Und das da unten. Seht ihr, jetzt hätte man das natürlich sehen können. Und sich gewundert, wieso man von hier aus nicht da runterkommt. Da hätte man aber den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen. So, darüber. Darüber. Da hoch und dahin. Oh, da. Da ist schon der Kran. Da müssen wir ja hin. Und hopp, hopp. Jetzt gibt es auch noch mal eine Schrecksekunde. Das Ding am Einstürzen ist. Muss man sich beeilen. Boah. Alter Schwede. Ah, ein Hopp. Aber ich weiß, dass da drüben... Ah, seht ihr? Und wir können nicht, äh, Dings rufen. Ich gehe aber erstmal hier hinten den einen Hopp holen. Das ist mir glatt wert. Und ich glaube hier vorne, die kleine Mauer, die schießen sie auch. Können sie einschießen. Seht ihr das? So, mal runter. Erstmal hier in Deckung gehen. Oh, da hinten sind Hopps. Die will ich natürlich haben. So, erstmal hier hinter. Warten, bis Schuttschild wieder aufgeladen ist. So. Äh, Tacke. Wieder hier hin. Wir könnten natürlich jetzt, äh... Die haben ja Schuttschilder. So, Nummer eins. Einen können wir noch beseitigen. Wenn ich den jetzt sehen würde. Da oben. Äh, der ging da neben. Ui. Den haben wir auch erledigt. Okay. Den Rest müssen wir jetzt so hinkriegen. Das sind aber Ops, Ops, Ops. Okay, der sieht mich nicht mehr. Die anderen beiden haben wir getötet. Können wir hier alles schön einsammeln. Oh, da ist noch ein einzelner Orb. Oh, da ist noch ein bisschen was gewesen, außer Leben. Ne, ich glaube, ich hatte alles. So. Darüber. Jetzt schießt er natürlich. Ist klar. Hier muss man sich beeilen. Ah, ja. Jetzt haben wir wieder Schuss. So. Mein guter. Ah, wir haben aber keine andere... Keine andere Munition. Noch mehr von denen. Ich bräuchte aber eher... Die andere Munition. Ah, da ist sie ja auch. Leben haben wir. So, jetzt könnten wir natürlich ganz locker... Den müssen wir auch nochmal einmal. Wir brauchen aber die andere Munition brauchen wir nicht verwenden. So. Scherlich Teufel. So, wir gucken mal, ob wir hier noch die aufnehmen können. Die können wir auch noch aufnehmen. Auch schön. So. Orbs, Orbs. Alles meine Orbs. Noch mehr Orbs. So. Zur Not könnte man, wenn man sich nicht sicher ist, von hier oben nochmal kurz ableuchten. Ob irgendwo noch... Was rumliegt. Aber ich glaube nicht. So. Und da wartet auch schon wieder die nächste Maske. Aber... Dreht euch lieber nochmal um. Denn hier hinten sind auch nochmal drei. Und könnten wir nicht... Ach, jetzt kann man gar kein Update machen. Seht ihr, ich kann jetzt L1 drücken, weil sie natürlich eingesperrt ist. Wieder der Typ. Ist das der Typ, der vielleicht die Roboter da entwickelt hat? Oder so? Ich schätze mal, wir werden es noch erfahren. Hey, hey, rennen wir nicht zu schnell. Nur schon. Wieder so eine Störung im Stirnband. Die wollen wir ja alle noch mitnehmen hier. Noch mehr Schuss. Also anscheinend immer nur zwei Schuss in so einem Dings drinnen. Aber ich glaube, was ich weiß, ist, was jetzt kommt. Ah, ja, ja, ja. Da ist nämlich ein Mech. Du rufst mir keine Freunde her. Freundchen, jetzt haben wir zwar keine Munition mehr. Aber ich glaube, wenn jetzt noch mehr gekommen wären, wären richtig viele gewesen. Da bin ich, glaube ich, damals das erste Mal auch gestorben. So, das geht nicht. Natürlich, wie gesagt, wenn ihr natürlich die immer rufen lasst. Das sind mehr Mechs. Gibt mehr Orbs, ne? Also. Aber ich habe da echt kein Bedürfnis drauf. Boah. Boah. Schafft er das? Alter Schwede. Uiuiui. Das war ja wieder klar. Jetzt aber schnell hoch hier. Alter, heil dich. Weil ich doch. Gerade so, wie schafft noch. Hier rüber, runter. Bricht das Ding erst auch noch ab. Mit diesem metallen Brücke waren. Ja. Aber waren hier nicht noch Orbs oder so? Boah, hier kann er sich auch raufstellen. Aber ich kann die Kamera leider nicht mehr. Schade. Ich hätte gern von hier oben so ein bisschen... Naja. So. Gehen wir hier rum. Boah, das ist ein Tee-Träger. Was hat sie denn jetzt? Was ist los? Ich habe mich bloß umgesehen und... Boah, 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 boah. Reg dich ab und erzähl mir genau, was passiert. Schön will dich, Sehschau. Oh je. Ich kann dich holen. Ein Mac-Doc. So. Bestimmt ein Hund soll das darstellen, da. Ein lieber Schwäger. Ja, wenn der... Das Vieh bleibt nicht lange unten. Wenn er noch ein paar... Ein paar Dinger übrig gelassen hat, heißt das natürlich... Kann ich da nicht rüber? Da wollte ich grad sagen. So. Hier runter, hier runter, dahin, dahin. Jeps. Runter. Oder unten. Ein Stockwerk tiefer sind auch noch welche. Hier scheinen das keine mehr zu sein. Okay. Ja, die wird gleich anfangen zu schreien, dass sie Hilfe braucht. Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist jetzt nicht oft Zeit oder so. Ja. Ja. Ist hier oben. Ich komme. Äh, bin ich jetzt hier falsch? Ach da. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Hier geht's hoch. Ja. Ja. Dann geht's hier runter. Aber erstmal hier hinter. Oh Mann. So. Und... Boah, da. Ein Schatz. Hätten wir beinahe übersehen. Hätten wir beinahe übersehen. So. Die Schatzkammer von Orbs. Denn wenn's auf Zeit geht, könnte man ja jetzt hier nicht die ganzen Orbs ein. Und da vorne ist grad ein... Habt ihr gesehen? Das ist eh eine Reh wieder gelaufen. Okay. Oh oh. Alter, alter. Aaaaah. Ich wollte doch nur die Orbs da noch haben. Ich wusste, dass da welche liegen. Aber dass das Auto dann genau da hinfliegt. Unser erster Tod. Dann nochmal. Also ich weiß nur, dass hier auf der Seite Orbs liegen. Da kommt mehr! Ah, das schaff ich doch... Schaff ich doch wieder nicht. Aber so sehen wir mal, wie wir gefressen werden. Und er schreit noch, komm jetzt. Obwohl er in dem Maul von dem Kunden liegt. Mann, ich hab das doch damals immer beim ersten Mal geschafft. Mann, ich hab das doch damals immer beim ersten Mal geschafft. Wir haben noch Orbs. Wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Ja, ja, ja. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Zehner aus, Alter. Aber ich muss jetzt erstmal hier die Orbs einsammeln, bevor ich Trip da hochschmeiße. Ja, nicht schnell. Ich muss hier die Orbs erst haben. Oh je. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Boah, schnell weg hier. So, er ist da unten. Ich bin nochmal hier zurück. Ich glaube nämlich, ich muss hier hinterzudehnen. Dahin. Und wieder hier rauf? Hier waren ja keine Orbs weiter. Muss ich wohl hier rüber. Da hinten ist sie auch schon. So. Halt. Moment mal. Ach so, die Treppe endet da. Hier sind aber keine Orbs, ne? Hier unten. Ne. Okay. Ja, ich glaube, den müssen wir aber letztendlich vielleicht doch ein bisschen bekämpfen. Aber erstmal noch nicht. So, hier hoch. Ich will mich nicht wissen, wie viel wie schwer das Ding da ist. Also, der hat schon Mordskräfte, der Junge. Ah, müssen wir hier runter. Ja, und das ist das Theater. Was davon noch übrig ist, heißt das. Monkey. Eine Energiezelle. Na. Ich muss da hoch. Aber der Meck ist noch draußen. Komm schon, gehen wir weiter. Monkey. Das ist eine Energiezelle. Zu wertvoll, um sie da zu lassen. Bitte. Hilf mir irgendwie da hoch. Okay. Aber mach das schnell. Lass mich einen Scan machen. Ja, mach das mal. Dort ist der Kontrollraum. Wir müssen die Trümmer hochklettern können. Bevor wir hochklettern, musst du die Mecks beseitigen. Ja, war ja auch wieder klar, ne? Hab ne Schwäche beim Meck entdeckt. Ich warte hier auf dich. Ah, und jede Menge Orbs, die ich alle haben will. Ich könnte hier runter oder da. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Dann sage ich mal Tschüss, wenn es wieder heißt. Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ends love it. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. beld Vielen Dank.